Hallo, hier ist wieder euer Lieblingskoch. Heute will ich euch zeigen, wie man ganz schnell Maischeunen filetiert. Denn die schmecken in der Zeit hervorragend. Also schaut zu und haut euch die in die Pfanne. Jetzt wöbel. Wie geht's mit dem Fleisch? Nun gibt es nur die Pfanne und leise. Jetzt läuft es einfach. Heils, die Pfanne und meinst du bauw. Die Pfanne oder die Pfanne und schnauben super. Der Bräser, f Vanderbilt und Gemm辛苦. Das war mein kurzes Video mit der Scholle, ich hoffe euch hat es gefallen, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, bis bald, ciao, euer Lieblingskoch. Jetzt geht es weiter, es sind nämlich noch mehr. Ich hoffe euch, wir sehen uns beim nächsten Mal.